Er springt ja noch durch dein Loch, wo die Frost Tripp ist. Oh mein Gott, die ist... Wow. Die ist bei dem anderen Loch. Du die umrenn. Mach. Sie ließ dich, Yus. Nur dieser wache Skin. Ich hoffe. 10 Seconds to go. Nix, Yus. Warte, warte. I planted. 5 Seconds to go. Boah. Oh mein Gott. 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 Der hat mich abgeschossen mit er. Vollziehen. Der sieht jetzt eigentlich krank aus. Ich gucke dir seine Fresse jetzt an am Loading Screen. Wenn der Typ in der Bahn den Sitz nicht reinmachen würde ich nicht schwanken. Oh mein Gott. Gar nichts gemerkt. Alter was ist das denn? Carl führt die Kotzin. Jetzt kommen wir mit dem Auto lang gefahren und brettern gegen ein anderes Auto. Kann man hier Toxic sein und rausspringen? Oh ich hab ihn geworbenkt. Lol. Der war einen gecoastlined. Welche ist das denn von denen? Das ist eigentlich voll das Champion. Ah Junge ist drin. Wtf. Er muss sich natürlich erstmal hin ducken. Das erste was er macht er duckt sich hin. Ja. Wenn wir gegen Champions becued werden. Wir waren letztens im Rank gegen Champion und haben verloren. Was ist das für Musik? Ich geh auf Duty Cutscene Musik. 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 Okay. Er ist relaxig. Er war doch nicht so relaxig. Boom. Digga was ist das hier? Der hier vorne steht einer. Niana. Wo ist es hier? Noch einer. Noch einer. Wo seilt der denn? Ich hör das nur. Ne. Da. Einer am Seil. Hörer. Auf den Bound Dima. Einer ist down. Einer ist down. Ich will den haben. Ich will den haben. Controller kill. Der ist oben. Rechts am Arm. Du legst. Rechts am Arm. Rechts am Arm. Rechts vorne hinten. Rechts unten. Rechts. Rechts unten. Rechts unten. Rechts unten. Rechts unten. Unter die rechts. Ja. Krieg doch. Ja. Was war das denn? Was war das denn? Ob ich ihn umlaufen können. Ohne Controller. Ganz vorsichtig. Oha wo ist er denn. Das nennt man Standard Carp. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Was war das? Keine Ahnung. Ach, ich hab das Ding kaputt gemacht. Was machst du da hier beinahe? Ich weiß. Oh, what the fuck? Oh, Justin! Junge, wie soll ich jetzt 24 durchwerfen? Was machst du da? Jo, es war Piss dich. Keine Ahnung, ist das wieder. Komm, wir schauen dir alle zu, Dima. Dima, wenn du sterben willst, dann mach die Laser weg. Wie hat der das überlebt? Warum lebt der noch? Oh Gott, easy. Einer daun. Injury. Ich hab noch einen Injury. Geh dich, Diffuser. Junge, da noch ein Melusi. Was ist das hier für eine Taktik, Junge? Junge, warte mal. Warum schimmelt jetzt alle hier? Na, chill. Der war links, in diesem Headclitch. Jaja, bei den PCs. Wo? Das ist ja immer noch. Kannst du dich noch langsamer denken. Hä? Ach so, das war ein Stuhl. Wir machen die übelsten Headclitches dahin. Was tut hier? Wir schmeißen uns gerade lachen zu. Wir schmeißen uns zu. Ah! Ich war an den Casual, hab ich gehört. Mhm. Wenn wir die 10 Schüsse davor abschießen mit einem komischen Dropshot, war das gar nicht so schlecht. Ich hab mich verklickt mit dem Dropshot. Ich habe mich verklickt! Ich weiß noch nicht, wer das ist. Äh, Valkyrie. Ja, geh doch. Hover doch einfach über die. Mira hat noch. Mira hat noch. Und der letzte, keine Ahnung. Ja. Oder gibt's so 4? Das sieht das gar nicht. Ja, das ist nicht so gut. Äh, ich hab Schrotz und ein. Oh. Ach, Junge. Joos. Junge, ich hab doch nachgeguckt! Mann, ey! Das war so lustig aus. Das ist wenn er richtig laut schreit, dass er trotzdem leise bleibt. Ja. Ey, du trägst für Arme. Ey, guck mal! Was? Hä? Was ist das denn? Ey! 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 Seien wir noch ein Fettag, genau da. Nochmal! Geht das? Es geht nicht! Auf den bunten und draußen! Oh! Junge, oh, Junge! Oder stell dir vor, du bist aus Frenze, du walkst über diesen Tisch hier und wachst unter der Map! Ja, Mann. Wo ich richtig getryert hab mit Jäger und Platikon wollte das erste Mal. Das erste Mal. Oh, wow! Junge. Ich dachte schon. Warte, Marvin! Ehh! Ehh! Oh, Junge, lass doch mit mir spielen. Lass doch mit mir spielen. Junge, guck mal runter, komm mal bitte noch mal runter. Hey, Jungs, Jungs, guck dir hin, guck dir hin. Guck dir hin, guck dir hin. Guck dir hin an. Sieht man das? Sieht man das in der Killcamp? Bitte. Bitte. Nein, das ist noch nicht mehr. Ach man, das war so geil. Junge, unsere Kills. Alter. Oha. 5, 4, 3, 2, 1 meins. Jetzt muss jeder noch einen Kill machen. Oben, runter, runter. Er wurde nicht mal gebringt. WTF? Jeder macht einen Kill. WTF? Schnell flieg, rechts. Ah. Er liegt, er liegt, er liegt. Amaru. Amaru. WTF? Wie viele? Rechts, rechts, rechts. Ich hab keinen Muni. Ehh. 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 Chillin' with the gang. Ehh. Ehh. Alter, guck mal. Nur Frauen und, nur Frauen und Kapital. Guck mal, wie, rechts, die Wacht. Ehh. 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 Oupsi doopsi. Wow, was machst du? Hä? Intensit. Was machs du? Hä, was war das denn?! Ehh, jetzt ist der mir abgerauen. was... Fack? Junge, ich glaub der hat den Ate gezogen oder so Eigentlich denn du hast dir ne Froststrap drunter Nein, echt? Jun, bist du schlau oder so? Bist du schlau? Ich hasse dieses Game Bist du schlau oder so? Komm, du brauchst was zu sagen Wie ist der Jack? Bah, Junge, wie Kali aussieht Ja, man, wie Sophia lächelt, man kriegt einen Kopfhals Du hast ja selber aus wie so'n Muffin-Skin, Alter Sag mal, hast du noch Crack? Haben wir noch Peps? Haben wir noch Peps? What? Ich war noch Service, Half-Life, Smudge Was? Ist da was drinnen? 2 Leute Einer Beide Servers Der andere war Shopee Jummy Jummy, Jummy, Jummy 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 Mein Timeluck Ich kann nicht mehr Ich hab Ich hab das Ding kaputt geboxt Jetzt geneift Ja Das ist angenehm, so? Ja Hahaha Oh, das ist die neige pounder Du bin Jummy 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 Jummy